DRV Nordbayern verweigert Auskunft über Rentenhöhe für eine zukünftige Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Vor kurzem war ein Kunde aus Mark Drewitz bei uns in der Rentenberatung. Er bezieht eine Erwerbsminderungsrente und hat einen Grad der Behinderung von 50. Er hatte Fragen zu seinem Rentenbescheid, die ich ihm in der Beratung beantwortet habe. Es ging auch um die Frage des Besitzschutzes aus der Erwerbsminderungsrente für eine nachfolgende Altersrente und wie hoch die Altersrente ungefähr ausfallen würde. Ich habe ihm gesagt, dass im Grundsatz die Altersrente nach der EM-Rente nicht niedriger ausfallen darf. Weil § 88 SGB VI die persönlichen Entgeltpunkte aus der Erwerbsminderungsrente für eine spätere Altersrente einen Besitzschutz unterwirft. Damit aber klar ist, wie hoch die zukünftige Altersrente für schwerbehinderte Menschen ausfällt, habe ich ihm geraten, dass er bei der DAV Nordbayern um entsprechende Auskunft bittet, wie hoch die Altersrente dann ausfallen wird. Nach der Beratung ist er dann nach Hause gefahren. Und am 9.06.2022 hat mich mein Kunde ganz aufgeregt angerufen und mir mitgeteilt, er habe einen Anruf von der DAV Nordbayern erhalten. Die Sachbearbeiterin will ihm die Rentenberechnung nicht geben. Warum er dies eigentlich wissen wolle, so ihre Frage. Er kann doch abwarten, bis er seine Altersrente beantragt. Sie werde ihm die begehrte Auskunft deshalb nicht geben. Es stehe ja alles im EM-Rentenbescheid geschrieben. Im ersten Moment war ich wirklich sprachlos über die Dreistigkeit dieser Aussage der Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern. Ich fragte dann meinen Kunden, ob denn die Dame überhaupt die Rechtslage kenne. Seit dem 1. Juli 2021 gibt es für alle EM-Rentenbezieher und Erziehungsrentenbezieher einen gesetzlich verbrieften Auskunftsanspruch über die Rentenhöhe einer Altersrente, die nach einer Erwerbsminderungsrente oder Erziehungsrente beansprucht werden kann. Und zwar steht in § 109 Absatz 1 Satz 5 Sozialgesetzbuch Nr. 6 folgendes geschrieben. Auf Antrag erhalten Bezieher einer Erziehungs- oder Erwerbsminderungsrente eine unverbindliche Auskunft über die voraussichtliche Höhe einer späteren Altersrente. Ich habe meinen Kunden geraten, die DAV Nordbayern nochmals anzuschreiben und ihm unter Fristsetzung meinetwegen bis zum 30.06.2022 oder 15.07.2022 die begehrte Auskunft zu erteilen. Er hat ein gesetzliches Auskunftsrecht. Es steht so im § 109 Absatz 1 Satz 5 geschrieben. Damit muss die Deutsche Rentenversicherung Nr. Bayern ihm die Auskunft über die begehrte voraussichtliche Rentenhöhe geben. Für den Fall, dass sie dies weiterhin verweigert, soll die Deutsche Rentenversicherung die Weigerung schriftlich in Form eines Bescheides unserem Kunden mitteilen, damit er dann ins Rechtsmittel gehen kann. § 109 Absatz 1 Satz 5 SGB 6 gibt dem Versicherten ein Auskunftsrecht für die voraussichtliche Höhe einer Altersrente nach einer EM-Rente. Die Weigerung dieser Sachbearbeiterin der Deutschen Rentenversicherung Nr. Bayern ist in ihrer Art und Weise, wie es mein Mandant mir vorgetragen hat, rechtsmissbräuchlich. Es geht der Deutschen Rentenversicherung Nr. Bayern schlichtweg nichts an, warum mein Mandant wissen möchte, wie hoch seine eventuelle Altersrente in der Zukunft aussehen soll. Und weswegen unser Kunde diese Auskunft benötigt. Das ist schlichtweg seine Sache. Deshalb sage ich, liebe DRV Nordbayern, gebt meinem Mandanten die entsprechende Auskunft. Ansonsten werden wir das Klageverfahren suchen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine gute Idee.